Hallo, in diesem Video möchte ich kurz eine Lösung dieser Aufgabe diskutieren. Auch das ist ein Beispiel, das mir ein Student freundlicherweise per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, dazu so ein paar Fragen gestellt hat, wie würde man jetzt an diese Aufgabe rangehen? Was wäre da so ein vernünftiger Lösungsweg? Also schauen wir uns das mal an. Es gibt ein Netzwerk aus einem Widerstand und einer Induktivität. Die sind hier parallel geschaltet und werden gespeist von einer Spannungsquelle, die hier so ein relativ unübliches Symbol hat. Sieht für mich eher aus wie eine Stromquelle, aber sie steht ja da, es soll eine Spannungsquelle sein und es ist auch ein Spannungsverlauf vorgegeben. Ja, sowas wie so ein Rechteckpuls, der für eine gewisse Zeit eine konstante positive Spannung hat und dann eine konstante negative Spannung. Und man könnte denken, mit einem großen T als Periodendauer und hier so der halben Periodendauer, dass sich das irgendwie periodisch wiederholt, aber hier steht dann für Zeiten klein t größer als dieses Groß-T. Diese mögliche Periodendauer soll die Spannung aber null sein. Also es wiederholt sich hier nicht periodisch, sondern bleibt danach einfach null. Kann man vielleicht auch erkennen, dass die Linie hier, das ist natürlich irgendwie so eingescannt, abfotografiert, dass die so ein ganz bisschen dicker ist. Also Spannung springt von null hoch, positiv, negativ und ist dann null. So und für den Zeitpunkt T gleich null, wenn das Ganze hier beginnt, soll die Schaltung stromlos sein, also weder durch den Widerstand fließt ein Strom noch durch die Induktivität fließt ein Strom oder eben durch diese Quelle. So und was soll man jetzt machen? Man soll die Zeitverläufe der Ströme IR und IT zeichnen, also was für ein Stromverlauf ergibt sich hier, was für ein Strom ergibt sich hier über der Zeit eben aus dieser Spannung und dann soll man letztendlich diese beiden Ströme addieren. Das kann man dann bestimmt grafisch machen und den gesamten Stromzeitverlauf hier skizzieren, zeichnen. So und das werde ich jetzt gleich mal machen. Die Schaltung sieht auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen nach so einer klassischen Schaltvorgangs, Ausgleichsvorgangsaufgabe aus und so ein bisschen hier wird ja auch was eingeschaltet und ausgeschaltet. Entpuppt sich dann aber, würde ich sagen, in der Lösung vermutlich doch einfacher, als man so auf den ersten Blick vermuten würde, weil Widerstand und Induktivität ja parallel sind. Die sind nicht in Reihe. Also hier kommt jetzt am Ende, also wir können das ja einzeln berechnen und das einzeln berechnen, weil die Spannung hier einfach direkt an denen angiegt. Und das heißt, man muss nicht, so wie wenn Widerstand und Induktivität in Reihe wären und sich dadurch gegenseitig beeinflussen, wenn die Spannung über der Induktivität größer wird, muss über den Widerstand kleiner werden und umgekehrt und so. Also hier ist einfach die Spannung an beiden fest vorgegeben. Also das, was hier passiert, ist vollkommen unabhängig von dem, was hier passiert und umgekehrt. Und das macht die Lösung jedoch so ein bisschen einfacher. So und ich kopiere das mal und wechsle mal rüber in mein Zeichenprogramm und füge das mal hier ein. Und das ist jetzt genau die falsche Schaltung, die sich hier irgendwie kopiert hat, weil ich habe hier noch eine andere Aufgabe offen. Also ich muss hier mal offensichtlich irgendwie draufklicken und sagen, alles markieren und jetzt kopieren. Und das sieht auch schon ganz gut aus. So, also da haben wir die Aufgabe. Und zeichnen kann ich auch. Und ich fange vielleicht mal an mit dem Strom durch den Widerstand. Also ich mache mal in blau hier IR. Im Aufgabenteil A. Und ich meine, was gilt an dem Widerstand? An dem Widerstand gilt R ist U durch I. Wenn wir Gleichspannung, Gleichstrom hätten, das kann ich natürlich auch für zeitabhängige Ströme und Spannung schreiben. Und ich mache jetzt hier mal gleich. Also die Quellspannung heißt einfach U. Die nenne ich ja auch U. Und den Strom hier nenne ich mal IR von T. Also das Ohmsche Gesetz gilt für Gleichgrößen, gilt auch für zeitabhängige Größen. Und jetzt kann ich natürlich die Spannung mal diese Gleichung hier in Richtung, das ist ja einfach das Ohmsche Gesetz, in Richtung des Stroms umstellen, den Strom hier unten, den Widerstand darunter. Und dann steht da IR von T. Der Strom ergibt sich aus der Spannung U von T geteilt durch R. So, und wenn man das jetzt mal zeichnet, mein Zeichenprogramm hier ist nicht das Beste. Ich weiß, weil ich hier nicht direkt irgendwie gerade Linien zeichnen kann. Aber ich male jetzt mal hier neben, so wie hier dieses Diagramm, ein bisschen größer, in das ich jetzt reinzeichnen kann. Also das soll mal die Achse für den Strom sein. Und das soll dann die Achse für die Zeit sein. Und auch ohne Lineal ist das eigentlich einigermaßen gerade geworden. Also das soll T sein. Und das soll jetzt mal sozusagen I. Warum kann ich hier keinen Punkt machen? Wahrscheinlich, weil es schon zu weit am oberen Rand ist. I von T sein. I von T male ich dann in Schwarz. Und den Strom, um den es jetzt erstmal gehen soll, das IR von T, das male ich mal in Schwarz. Blau ein. So, und naja, das kopiert einfach diese Spannung hier. Und hier sind ja jetzt auch keine Zahlenwerte gegeben. Ja, also wir wissen nicht, wie groß ist diese Spannung, wie groß ist der Widerstand, wie groß ist die Induktivität. Wir können das jetzt rein qualitativ zeichnen, wie man so schön sagt. Nicht quantitativ, sondern qualitativ. Also ganz am Anfang soll ja der Strom 0 sein. Zum Zeitpunkt T gleich 0 ist das Strom los. Und dann springt die Spannung hoch. Eine konstante Spannung durch einen konstanten Widerstand ergibt einen konstanten positiven Strom. Also Strom springt hoch. In der Realität hat das natürlich irgendwie eine ähnliche Anstiegszeit, weil so einen perfekten Anstieg hier gibt es nicht. Aber nehmen wir mal an, das ist einigermaßen ideal. So, und dann bleibt der Strom positiv. Und irgendwann springt die Spannung runter. Und dann springt auch der Strom runter. Natürlich in der Realität auch mit einer ähnlichen Anstiegszeit bleibt dann konstant. Und wenn die Spannung auf 0 geht, dann geht der Strom auch wieder auf 0 und bleibt dann eben bei 0. So, und dann wäre an der Stelle hier eben Groß T und hier wäre Groß T halbe. Und naja, also wenn man jetzt noch hier die Achse beschriftet, das kann ich ja mal auch wieder in blau machen, die Amplitude, dann würde sich das hier eben ergeben. Entsprechend der Formel, wenn ich jetzt wirklich die Maximalspannung hier einsetze, das U0, dann wäre das hier U0 durch R und das hier unten wäre minus U0 durch R. Diese Amplitude hier, die negative Amplitude. Okay, das wäre das, was hier passiert für den Strom durch den Widerstand. Schauen wir jetzt mal auf den Strom durch die Induktivität. Dafür nehme ich mal eine andere Farbe. Ich nehme mal grün und mache mal damit weiter. Und tja, jetzt kann man sich überlegen, was gilt denn an der Induktivität? An der Induktivität gilt, also kann man ja noch mal die Gleichung für den Widerstand hier so ein bisschen anders hinschreiben. Also an dem Widerstand würde ja auch gelten, U von T ist R mal IR von T. Und wenn man jetzt die Gleichung, also wie sich die Spannung aus dem Strom ergibt, mal für die Induktivität hinschreibt, dann steht da U von T ist L mal DIL von T nach DT. Also immer wenn sich der Strom ändert an einer Induktivität, dann wird eine Spannung induziert. Und je größer die Induktivität, desto größer ist auch diese Spannung. Problem ist jetzt natürlich, also wir haben jetzt nicht den Strom vorgegeben, der sich jetzt irgendwie ableiten müsste, dem wir jetzt ableiten müssen, aber wir haben eine Spannung vorgegeben. Also wir müssen jetzt im Prinzip diese Gleichung mal in Richtung des Stromes umstellen, sodass wir daraus eine Spannung ausrechnen können. Das können wir jetzt machen. Man kann natürlich auch ein bisschen so scharf über diese Gleichung, mit dieser Gleichung über dieses Problem nachdenken. Also wir geben jetzt eine Spannung vor. Die Spannung ist konstant positiv, danach ist die konstant negativ. Also wenn wir hier was konstant Positives haben und das ist auch konstant, da muss diese Ableitung ja auch konstant sein. Und hier eben positiv und hier eben negativ. Und jetzt kann man so ein bisschen in sich gehen und überlegen, naja, bei welcher Funktion, letztendlich ist das jetzt hier wie so eine Mini-Differenz, zeige ich euch nur, bei welcher Funktion ist denn das so, dass die Ableitung dann eine Konstante ist. Naja, und das ist bei einer linearen Funktion. Also der Strom hier an der Induktivität, der wird sich wie eine lineare Funktion verhalten. Und naja, kann man jetzt so mit scharfen Draufschauen lösen. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, das jetzt noch mal ein bisschen mathematisch irgendwie aufzuschreiben. Also wir wollen mal die Gleichung in Richtung Strom umstellen. Dann holen wir mal das dt hier auf die andere Seite rüber. Dann steht da U von T dt und hier drüben steht immer noch LDIL von T. Und jetzt kann man auf beiden Seiten der Gleichung einmal sozusagen integrieren. Also hier kann ich ein Integral hinschreiben und hier kann ich ein Integral hinschreiben. Hier drüben schreibe ich das mal hin. Hier schreibe ich, also hier wäre jetzt das Integral. Das L ist ja aber konstant. Das hängt nicht von der Zeit und so ab. Also schreibe ich das Integral gleich mal hier und ziehe das L als Konstante vor dieses Integral. Und jetzt bräuchten wir noch im Idealfall irgendwie Grenzen an dem Integral. Also wir integrieren mal vom Zeitpunkt 0 bis zu einem Zeitpunkt T, T-Dach, T-Schlange, T was auch immer. Ich nenne das mal T-Dach. Das sollte jetzt auf jeden Fall irgendwie ein anderes T sein als das T, was hier in dem Integral drin steht. Jetzt lösen wir das Integral einfach auf beiden Seiten auf. Ja, und das L hier auf der Seite, weil ich ja nach dem Strom umstellen will, das gefällt mir nicht so richtig. Das will ich noch auf die andere Seite rüber und schreibe ich mal hier drüben ein 1 durch L hin. So, und ja, die Spannung würde ich jetzt ja im Allgemeinfall nicht kennen. Denn die lasse ich jetzt erstmal so stehen. Also wir kennen die hier natürlich. Die ist einmal konstant U0 und einmal konstant minus U0. Aber jetzt für den Moment lasse ich die erstmal so stehen. Und hier drüben, wenn ich, hier kann ich mir in dem Integral eine 1 denken. Wenn ich die 1 nach dem Strom integriere, so wenn man eine 1 nach x integriert, was kommt da raus als Stammfunktion? Was würde abgeleitet wieder eine 1 ergeben? Ja, ein x oder eben der Strom. Wenn ich ein x nach x ableite, kommt da 1 raus. Wenn ich eine 1 nach x integriere, kommt ein x raus. Wenn ich 1 nach dem Strom integriere, kommt da der Strom raus. Also drüben kommt als Stammfunktion des Ganzen einfach il von t raus. Und das eben in diesen Grenzen von 0 bis t dach. So, und ja, jetzt kann ich eben wieder das ausrechnen. Also Grenzen einsetzen. Obere Grenze minus untere Grenze kommt da raus. Il von t dach minus il von 0. So, und jetzt kann man noch das il von 0 auf die andere Seite rüberholen und hier irgendwie einmal die Seiten tauschen und so. Und dann kommt da raus. Also ich kann den Strom, und das ist jetzt eine Gleichung, die dann auch erstmal vollkommen allgemein gilt. Also ich kann den Strom an einer Induktivität ausrechnen zu einem Zeitpunkt t, t dach, indem ich 1 durch l rechne, mal das Integral über die Spannung an dieser Induktivität. Und die Spannung jetzt integriert über die Zeit, genau in diesen Grenzen, von 0 bis t dach. Und dann muss ich noch plus den Strom dazu rechnen, der zum Zeitpunkt 0 schon da war. So, das ist jetzt eine vollkommen allgemeine Gleichung. Und die kann ich jetzt nochmal auf unser Problem hier anwenden. Also die Gleichung, die müsste sozusagen an, das ist jetzt die äquivalente Gleichung zu der Gleichung hier. I ergibt sich U durch R. Und an der Induktivität ist das eben ein bisschen komplizierter. I ergibt sich durch dieses Integral über die Spannung. So, und die Spannung ist jetzt eben konstant. Also für den, ich mache mal hier dran, für den ersten Zeitabschnitt kann ich das jetzt nochmal aufschreiben. Ja, also da kommt raus, il von t dach ergibt sich aus 1 durch l. Und dann steht da das Integral über U0. Ja, und also hier steht von 0 bis t dach. U0 mal dt. Und der Strom zum Zeitpunkt 0, jetzt hier in dem Fall stromlos, der ist einfach 0, den lasse ich sozusagen weg. So, und dann kommt hier raus, also das ist ja eine Konstante, die kann ich auch einfach vor das Integral ziehen. Dann bleibt in dem Integral noch eine 1 stehen. Also ich mache das mal, schreibe das mal hier vor. Ja, dann habe ich hier drin eine 1, die 1 nach t integriert hat ein t. Dann steht da U0 durch l als Stammfunktion steht dort ein t. Und das t habe ich jetzt noch in diesen Grenzen von 0 bis t dach. Und jetzt setze ich die Grenzen ein, obergrenze minus untere Grenze, kommt da einfach raus. U0 durch l mal t dach. So, und das ist jetzt genau die schon vorher versprochene lineare Funktion. Der Strom steigt mit der Zeit linear an, weil U0 und l sind ja konstanten. Also Strom ist proportional zur Zeit. Und ich, da ich ja nicht weiß, wie groß U0 und l und so sind und wie groß die Zeit ist. Also ich zeichne jetzt mal irgendwie einen linearen Anstieg ein. So, das wäre jetzt der Strom IL von t. Zumindest für den ersten Zeitabschnitt. So, und jetzt können wir mal ausrechnen, also da würde jetzt ja rauskommen, am Ende dieses Zeitabschnittes IL von groß t halbe. Muss ich hier für meinen t einfach t halbe einsetzen, kommt da eben raus. U0 mal groß t durch l halbe. Kann ich das mal auch hier hinschreiben. So, also da kommt auf jeden Fall so ein Wert raus. So, und jetzt kann ich das Ganze natürlich mal noch für hier diesen zweiten Zeitabschnitt ausrechnen. Zweiter Zeitabschnitt. Und, ähm, naja, also wieder IL von t ergibt sich aus dem 1 durch l mal das Integral. So, jetzt fangen wir an bei t halbe zu integrieren bis t dach. Dann ist die Spannung in dem Bereich minus U0. Das muss ich über dt integrieren. Und dann kommt eben noch dazu, ja, jetzt habe ich das hier alles abgeschrieben. Und jetzt kommt noch dazu der Strom IL zum Zeitpunkt t halbe. Also, den ich hier oben gerade ausgerechnet habe, den müsste ich jetzt dort einsetzen. So, und dann kann ich das wieder alles so machen. Ähm, also das minus U0 ist eine Konstante. Die kann ich wieder vor das Integral ziehen. Dann steht hier minus U0 durch l. Dann habe ich in dem Integral eine 1 zu stehen. Die 1 nach t integriert ergibt wieder ein t. Das habe ich in diesen Grenzen. Ähm, und die setze ich gleich mal ein. Also, ähm, obere Grenze wäre t dach. Untere Grenze wäre minus t halbe. So, und dann habe ich noch, ähm, plus den Strom hier am Anfang dieses Zeitabschnittes, am Anfang des zweiten Zeitabschnittes. Ja, weil, warum braucht man das hier an der Stelle? Das ist vielleicht mal an der, an der Position auch nicht so verkehrt, das zu diskutieren. Ähm, das braucht man als Übergangsbedingung, als Stetigkeitsbedingung, weil, ähm, aufgrund dieser Gleichung hier, ja, die wir als, als Grundgleichung für die Induktivität hier angenommen haben, ähm, was ja praktisch das Induktionsgesetz ist. Aufgrund dieser Gleichung kann der Strom an der Induktivität kann nicht springen. Wenn der Strom an der Induktivität springen würde, ja, wenn er sich sprunghaft ändern würde, ähm, was, was würde dann mit dieser Ableitung hier passieren? Dann würde diese Ableitung unendlich groß oder unendlich klein werden, ne? So wie, wenn ich mir jetzt hier bei der Spannung hier die Ableitung anschaue, dann ist die hier unendlich groß und hier minusunendlich. Und das heißt, ich hätte dann eine unendlich große Spannung an der Induktivität oder eine minusunendlich große Spannung. Das wäre irgendwie nicht wahnsinnig physikalisch. Und deshalb Induktivitäten schleifen den Strom. Also eine Induktivität kann der Strom sich nur kontinuierlich ändern, aber nicht sprunghaft. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass eben der Strom in dieser Induktivität mit einem Magnetfeld verbunden ist und in dem Magnetfeld ist Energie gespeichert. Und wenn der Strom auf einmal weg wäre, wäre auch das Magnetfeld auf einmal weg, dann wäre die Energie auf einmal weg und umwohin. Ähm, ähm, also mit dem Strom ist ein Magnetfeld verknüpft, ist Energie verknüpft und die Energie kann ich nur langsam aufbauen, langsam abbauen. So, und deshalb brauchen wir diesen Strom als Übergangsbedingung und setzen den jetzt hier einfach ein. Und dann steht da eben U0 durch L mal T halbe. So, und jetzt kann man das noch so ein bisschen zusammenfassen und kann sich überlegen, ähm, wenn ich jetzt hier die Klammer mal ausklammere, ja, ich schreibe jetzt mal, ich muss jetzt mal, mir geht jetzt hier der Platz aus, ich muss das mal hier drüben weiter schreiben. Also im zweiten Zeitabschnitt, schreibe ich nochmal so hin, ja, also ergibt sich jetzt eben minus U0 durch L mal T. Also I, also I, L von T ist minus U0 durch L mal das T-Dach und das ist hier natürlich auch das T-Dach. So, dann haben wir minus U0 durch L mal minus T halbe, ja, minus mal minus ergibt plus und hinten haben wir nochmal diesen Term, genau das gleiche, also zweimal so eine Hälfte ergibt ein Ganzes. Ja, also kommt dazu, ja, also kommt dazu plus U0 mal T-Dach durch L oder ich schreibe das vielleicht, ähm, so hin, U0 durch L mal T. So, und jetzt müsste ich mal hier noch irgendwie die Achse beschriften. Also das, wo bis das hier hochgegangen ist, ja, dieser, dieser Wert hier, ähm, das war genau der Wert, den wir dort hatten. Also U0 durch L mal T halbe. So, und jetzt für den zweiten Zeitabschnitt gilt eben genau diese Gleichung hier. Ja, und jetzt kann man da so ein bisschen scharf drauf schauen und sich überlegen, naja, diese Übergangsbedingungen macht ja genau, dass der Strom nicht springt und so und das ist jetzt ja wieder eine lineare Funktion, die aber einen negativen Anstieg hat und der ist genauso groß wie vorher hier der positive Anstieg betragsmäßig, bloß geht eben nach unten, ja. Und, also das heißt, wir fangen hier an an der Stelle und genauso wie die vorher hochging die Funktion, muss die jetzt wieder runtergehen und muss eben genau hier wieder bei 0 rauskommen. So, ähm, und das kann man natürlich auch mal ausprobieren. Also wenn ich jetzt hier für I, L... T halbe einsetze, ja, hier setze ich T halbe ein, also groß T halbe, dann habe ich genau ein T minus T halbe macht ein halbes T, macht auch wieder U0 durch L mal T halbe, genau den Wert, den wir jetzt hier an der Stelle eben auch hatten. Das ist genau diese Gleichung hier. Und wenn ich mal mit der gleichen Gleichung das I, L von T ausrechne, hier ein Groß T einsetze, dann habe ich hier einen Ausdruck negativ, hier hinten genau den gleichen Ausdruck positiv, die addieren sich zu 0, dann kommt 0 raus, das ist genau die 0, die wir jetzt hinten an der Stelle haben. So, also das ist die praktisch ebenso lineare Funktion und was sich dahinter verbirgt, so ein bisschen kann ich ja nochmal machen, ist genau das Gleiche, wenn man in Mathematik hat, und Y ist M mal X plus N, also Funktionsvariable, die abhängige Variable, die unabhängige Variable. Das M hier ist der Anstieg dieser linearen Funktion und das N hier ist der sogenannte Achsenabschnitt. Und der Achsenabschnitt, das ist ja das U0 durch L mal T hier an der Stelle. Der Achsenabschnitt ist der Schnittpunkt der linearen Funktion mit der Y-Achse. Und den hätten wir jetzt genau hier, wenn ich jetzt diese Funktion, ich mache mal hier so ein bisschen das gestrichelt, wenn ich die jetzt einfach hier weiter verfolgen würde und mir hier diesen Punkt hier anschaue, dann ist das natürlich genau, wie man sieht auch logischerweise genau das Doppelte von dem hier. Und das Doppelte macht die Hälfte da weg, also da kommt U0 durch L mal T raus hier oben für das. Und das ist genau das U0 durch L mal T, was wir hier haben. So, also kurz zusammengefasst, Spannung an dem Widerstand macht einfach genau das Gleiche wie die Spannung. Geht hoch, geht runter, bleibt konstant. Und der Strom an der Induktivität, wenn wir eine konstante Spannung an die Induktivität anlegen, dann gibt sich auch ein konstanter Anstieg des Stromes. Der Strom war am Anfang 0, wegen dieser Bedingung hier, also steigt der Strom linear an auf einen bestimmten Wert. Und weil die Spannung dann genauso lange negativ ist wie positiv und genau die gleiche negative Amplitude hat wie die positive Amplitude, sinkt der Strom dann auch wieder linear ab, geht wieder auf 0 und dann ist die Spannung 0. Wenn die Spannung 0 ist, ändert sich auch nichts mehr am Strom. Der Strom war 0, das heißt, der Strom bleibt dann 0. Und so sieht dann eben der Zeitverlauf des Stromes an der Induktivität aus. Und jetzt kann man die beiden einfach noch zusammen addieren. Also grüne Kurve und blaue Kurve zusammen addieren. Das heißt, der Strom springt. Dann steigt der Strom hier eben so linear an. Dann springt, wenn ich jetzt diese beiden Kurven hier zusammen addiere, dann springt der Strom runter ungefähr auf diesen Wert hier. Also genau den gleichen Unterschied muss ich jetzt irgendwie einzeichnen. Wenn man Lineal hat oder Millimeterpapier geht das für einfacher. Und jetzt sinkt der Strom noch wieder linear ab. Also macht diesen Verlauf hier, müsste genau hier an dem Punkt rauskommen und dann springt der Strom wieder hoch und bleibt dann eben 0. Das ist jetzt genau der Gesamtzeitverlauf des Stromes I von T in dieser Schaltung, der hier rauskommen müsste. Und das ist Lösung dieser Aufgabe hier. Also wie man sieht, das läuft schon so ein bisschen auf. Man müsste mal ein Integral aufschreiben und eine Ableitung aufschreiben, raus. Letztendlich kann man das auch einfach mit ein bisschen Intuition lösen. Und was man vielleicht alternativ machen könnte, ich schreibe das mal in Grau hier daneben. Also man könnte diese Gleichung hier natürlich auch einfach so umformen und sagen, wenn diese Spannung hier konstant ist. Also da machen wir zum Beispiel eben diese konstante Spannung U0 draus, dann kann ich diese Gleichung auch so umschreiben, dass ich aus diesem Differenzialquotienten hier aus dieser Ableitung einfachen Differenzenquotienten mache und sage, daraus ergibt sich so ein Delta I, Delta I L geteilt durch ein Delta T. Und die Gleichung kann ich jetzt natürlich in Richtung Delta I umstellen. Also mache ich das mal hier drüber, schreibe hin Delta I L, eine Änderung des Stromes, wirklich in der Einheit Ampere, ergibt sich aus Delta T mal U durch L. Also schreibe ich mal so ein U0 durch L mal Delta T. Und das Delta T wäre natürlich hier sowas wie diese Zeitänderung. Wie groß ist die Zeitänderung hier? Das ist ein Delta T. Und aus dem Delta T ergibt sich dann eben das hier. Das ist das Delta I. Und dann kann man sehen, dass Delta I ist U0 durch L mal, mal Delta T ist T halbe, U0 durch L mal Groß T halbe, weil der Abstand hier ist ja T halbe. Und dann kommt da genau das Gleiche raus. Und das ist also, naja, das hier ist natürlich deutlich, deutlich einfacher. Das ist ein sehr praktischer, pragmatischer, anwendungsbezogener Lösungsweg. Der funktioniert jetzt nur genau für diese Aufgabe so, weil die Spannung hier konstant ist. Das hier unten ist so mehr der akademische Lösungsweg mit wirklich Ableitung, Integral. Die Formel hier gilt ganz allgemein. Letztendlich können wir die jetzt auch trotzdem nur so einfach lösen, weil die Spannung dann hier konstant ist. Aber die Formel an sich hier würde erstmal auch für andere Spannungsverläufe gelten. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen dieser Lösung hier, dieser etwas komplizierter aussehenden, aufwendigeren, akademischen Lösung und dieser sehr einfachen und pragmatischen Lösung. Also die hier, wenn das jetzt jemand so in einer Prüfungssituation, Klausur irgendwie hinschreiben würde, würde ich das letztendlich auch vollkommen richtig, vollständig bewerten. Das ist jetzt aber Glück oder Zufall oder also das ist, das ist einfach, das passt jetzt nur für diese sehr einfache Aufgabe so.